Ernte, was du siehst, Kates und Meghans königliches Drama Es ist kaum zu glauben, aber selbst Royals können in Dramen verstrickt sein. Die Geschichte von Kate Middleton und Meghan Markle ist ein Paradebeispiel, voller königlicher Auseinandersetzungen, Mobbingvorwürfen und stiller Feindseligkeit. Was passiert wirklich hinter den Kulissen im Kensington-Palast? In diesem Artikel werden wir die Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse untersuchen und Fakten von Fiktion trennen. Dieses königliche Drama könnte mit jeder Seifenopper mithalten und offenbart viel über den Druck des königlichen Lebens. Als Meghan Markle in die königliche Familie eintrat, brachte sie als amerikanische Schauspielerin einen frischen Wind mit. Doch das Märchen wehrte nur kurz. Fühlte sich Meghan wie eine Aschenpudel ohne guter Vieh? Das Leben im Palast brachte strenge Regeln und unausgesprochene Hierarchien mit sich, die sie das Gefühl hatten ließen, an zweiter Stelle nach Karte zu stehen. Aber ging es dabei nur darum, sich als zweite Wahl zu fühlen, oder steckte etwas Tieferes dahinter? Tom Quinn berichtet, dass Meghan und Harry in Nottingham Cottage lebten, ein gemütliches, aber bescheidenes Zuhause im Vergleich zu Kate's und Williams Residenzen. Dieses kleinere Haus symbolisierte ihren niedrigeren Status innerhalb des Palastes, und der Übergang von Glanz Hollywoods zu einem bescheideneren Zuhause könnte denn kein für ihren Gräu gesät haben. Mit zunehmenden Spannungen fühlte sich Karte in einem entscheidenden Moment verletzt. Quellen berichten, dass Meghan angeblich gegenüber Kates Mitarbeitern die Beherrschung verlor und Respekt einforderte. Dieser Konflikt der Erwartungen, geprägt von erhobenen Stimmen und hitzigen Gemütern, machte die unterschiedlichen Wahrnehmungen deutlich, Meghan sah sich als Prinzessin, die Verehrung verdient, während das königliche Personal Karte gegenüber loyal blieb. War dies nur ein Missverständnis, oder steckten tiefere Frustrationen dahinter? Karte war entsetzt über Magans Umgang mit ihrem Personal und sah darin einen Bruch mit dem Palastprotokoll. Karte, die stets königliche Pflichten schätzte, legte Wert auf Loyalität, während Meghan Anerkennung suchte. Dieser Wertekonflikt erschütterte Karte zweifellos. Im März 2021 tauchten neue Vorwürfe auf, als E-Mails von Jason Knauf, Magans ehemaligem Kommunikationssekretär, sie in einem negativen Licht darstellten. Diese E-Mails deuteten darauf hin, dass Meghan das Palastpersonal gemobbt hatte, was den Palast veranlasste, die Anschuldigungen ernst zu nehmen und eine Untersuchung einzuleiten. Obwohl Meghan die Anschuldigungen bestritt, öffneten sie alte Wunden für die königliche Familie und spalteten die öffentliche Meinung, war dies ein amerikanisches Missverständnis des königlichen Lebens oder etwas anderes? Prinz Harry befand sich in einem Dilemma und bat den Palast, die Anschuldigungen nicht weiter zu verfolgen. Seine Loyalität gegenüber Meghan stand im Konflikt mit seinen königlichen Pflichten. Für Harry war Meghan Familie, und er wollte sie schützen, doch diese Entscheidung ließ einige glauben, dass sie nicht für das königliche Leben geeignet sei. In einem seltenen Schritt gab der Buckingham-Palast eine Erklärung zu den Mobbing-Vorwürfen ab, in der er seine Verpflichtung zur Würde am Arbeitsplatz betonte und eine gründliche Untersuchung versprach. Die kurze, aber kraftvolle Erklärung unterstrich die Werte der Institution, warf jedoch Fragen auf, richtete sie sich gegen Meghan oder diente sie nur der Bekräftigung der Standards? Meghans Eintritt in den Palast warf Fragen über Tradition versus Modernität auf. Die Vorstellung, seinen Platz zu kennen, wirkt veraltet, bleibt aber im königlichen Leben von Bedeutung. Als jemand, der selbst Ermächtigung schätzte, fand Meghan die Palast-Traditionen erdrückend und störte das System der königlichen Familie. Sind die Spannungen zwischen Carter und Meghan ein Hinweis auf eine Lektion im Umgang mit unterschiedlichen Welten oder ein Zeichen für sich wandelnde königliche Werte? Dieses Drama dreht sich nicht nur Meghan, Carter oder das Personal des Palastes, es umfasst Wandel, Tradition und die Herausforderungen, zwei Welten zu vereinen. Royals stehen unter enormem Druck und Erwartungen und müssen dabei das öffentliche und private Leben in Einklang bringen. Eine Frage bleibt, kann sich die königliche Familie an die sich verändernden Zeiten anpassen, oder wird die Tradition sie im Schatten halten? Falls diese Geschichte sie dazu gebracht hat, über die modernen Royals nachzudenken, teilen sie uns ihre Gedanken mit. Lassen sie uns erkunden, was es heute bedeutet, unter der Krone zu leben. Die öffentliche Meinung über die Royals teilt sie oft in Symbole der Tradition und des Fortschritts. Meghans Geschichte kompliziert dieses Bild, mit Anhängern, die sich entweder mit ihr oder Carter identifizieren. Diese Debatte hat größere Diskussionen über Klasse, Rasse und Geschlechterrollen innerhalb der Monarchie ausgelöst. Da soziale Medien diese Diskussionen verstärken, findet sich die einststelle Monarchie nun unter einem unangenehmen Rampenlicht, in dem jede Handlung seziert wird. Seit Jahrhunderten wurde das königliche Leben in Filmen und Büchern glamourös dargestellt, doch die Saga um Meghan und Carter zeigt eine andere Geschichte, eine volle intensiven Drucks, strenge Erwartungen und eines Mangels an Freiheit. Die Enthüllungen von Harry und Meghan verdeutlichen, dass auch Royals nicht vor psychischen Herausforderungen geschützt sind. Selbst Carter steht unter immensem Druck, ihr Image als zukünftige Königin zu wahren. Mobbing-Vorwürfe sind in jedem Arbeitsumfeld ernst zu nehmen, doch innerhalb des Palastes werden sie zu nationalen Angelegenheiten. Als die E-Mails von Jason Knoff bekannt wurden, sprang die Medienlandschaft schnell darauf an, und viele fragten sich, ob die Kultur im Palast toxisches Verhalten duldet. In einem ungewöhnlichen Schritt leitete der Palast eine interne Untersuchung an und signalisierte damit eine signifikante Veränderung im Umgang der Monarchie mit zeitgenössischen Themen. Der Konflikt zwischen Meghan und Carter zeigt zwei Frauen, die darum ringen, ihren Platz in einer herausfordernden Umgebung zu finden. Für Meghan bedeutete das Aufbegehren gegen Traditionen vielleicht Selbstbestimmung, aber letztlich auch Isolation. Für Cate bedeutete die Wahrung königlicher Werte, persönliche Überzeugungen mit öffentlichen Erwartungen in Einklang zu bringen. Der Weg jeder Frau spiegelt unterschiedliche Formen der Widerstandskraft wider, Meghans kontroverse Ausstieg aus dem königlichen Leben war ein Akt der Selbstbewahrung, während Keats stille Hingabe eine Verpflichtung zur Pflicht über das persönliche Wohl hinaus symbolisiert. Da sich die Welt weiterentwickelt, steht die königliche Familie vor einem Dilemma, kann die Monarchie sich an moderne Werte anpassen, oder riskiert sie, das Volk zu entfremden? Der Austritt von Meghan und Harry könnte den Palast dazu anregen, seine Traditionen neu zu überdenken. Historisch gesehen verändert sich die Monarchie nur langsam, doch nun steht sie an einem Scheideweg, an dem sich gesellschaftliche Werte rasch wandeln. Künftiger König, Prinz William, wird wahrscheinlich neue Herausforderungen darin finden, Tradition mit dem Wunsch nach einer inklusiven Errenmonarchie zu vereinen. Und in der modernen Ära zu gedeihen, muss die königliche Familie erkennen, dass Respekt und Mitgefühl ebenso wichtig sind wie Abstammung und Tradition. Die Geschichte von Meghan und Cate, so dramatisch sie auch ist, ist nur ein Teil eines viel größeren Bildes. Sie gibt Einblick in die Realitäten des königlichen Lebens und unterstreicht, dass auch die privilegiertersten Menschen Herausforderungen und Konflikte erleben. Diese Erzählung dreht sich nicht allein um Meghan und Cate, es geht darum, in einer geteilten Welt einen gemeinsamen Nenner zu finden. Zum Abschluss müssen wir uns fragen, kann sich die königliche Familie weiterentwickeln, um die Vielfalt und Widerstandskraft derjenigen wiederzuspiegeln, die zu ihr aufsehen? Werden die Frauen der königlichen Familie, Cate, Meghan und zukünftige Generationen, einen Weg finden, die Lücke zwischen Pflicht und persönlicher Freiheit zu schließen? Was denken Sie? Diese Geschichte wirft bedeutende Fragen über Frauen in hohen Positionen, den Druck des öffentlichen Lebens und die Weiterentwicklung langjähriger Traditionen auf. Wir möchten ihre Meinung hören, war Meghan in ihrem Vorgehen im Recht, oder hätte Cate ihr an der Tradition festhalten sollen? Was ist das Wichtigste für die königliche Familie heute, während wir nach Inklusivität und Respekt streben? Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit, und lassen Sie uns die Diskussion über das Gleichgewicht zwischen Erbe und Menschlichkeit fortsetzen. Die Situation zwischen Meghan und Cate hat eine bedeutende Debatte entfacht, Wandel versus Tradition innerhalb der Monarchie. Meghan symbolisiert Fortschritt, mit ihrem Hollywood-Hintergrund und ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit, während Cate Tradition, Stabilität und Respekt für die Vergangenheit repräsentiert. Jede Frau verkörpert unterschiedliche Aspekte weiblicher Stärke, Meghan stellt den Status Quo in Frage, während Cate die Stärke der Tradition vorlebt. Der Zwist zwischen Meghan und Cate könnte auch tiefere kulturelle Unterschiede hervorheben. Meghan, eine gemischtrassige Amerikanerin, brachte eine neue Perspektive in den britischen Adel, in dem Kühnheit in den USA oft gefeiert wird, während in Großbritannien Demut und die Einhaltung von Regeln Vorrang haben. Meghan stieß als Amerikanerin auf Hindernisse im britischen Hof und fühlte sich durch strikte Protokolle eingeschränkt. Ihre Geschichte regt zu einer breiteren Reflexion über das Überbrücken kultureller Unterschiede und das Vermeiden von Missverständnissen an. Die Geschichten von Meghan und Harry ermutigen die königliche Familie, darüber nachzudenken, nachzudenken, ob sie sich an eine sich verändernde Welt anpassen kann. Die Monarchie hat historisch Stabilität priorisiert, aber angesichts der modernen Ansichten, die Meghan und Harry vertreten, liegt die Herausforderung darin, ob zukünftige Royals ohne bedeutende Änderungen führen können, um relevant zu bleiben. Die Öffentlichkeit erwartet, dass die königliche Familie zeitgenössische Themen wie psychische Gesundheit, Diversität und Arbeitsplatzkultur anspricht. Das Ignorieren dieser Themen könnte ihre Unterstützung in der Bevölkerung gefährden. Die nächste Generation, einschließlich der Kinder von William und Carter, könnte in einer anderen Umgebung aufwachsen, die von Meghan und Harrys Einsatz für Offenheit und Gleichheit geprägt ist und möglicherweise die Monarchie zugänglicher und respektierter macht. Kein königlicher Skandal ist vollständig ohne die Beteiligung der Medien, die oft jede Wendung der Geschichte verstärken. Die Darstellung von Meghan und Carter als Gegensätze schafft Verwirrung und könnte die Realität ihrer Beziehung verzerren. Mit Schlagzeilen, die entweder die eine kritisieren oder die andere loben, spielen die Medien eine entscheidende Rolle bei der Prägung öffentlicher Wahrnehmungen königlicher Angelegenheiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.